Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart ist ein Stück über die heilsame Kraft der Liebe und der Musik. Es ist ein Stück mit vielen Abenteuern und Prüfungen und uns begegnen ganz viele unterschiedliche, skurrile, liebenswerte Geschöpfe, über die wir uns jetzt ein bisschen unterhalten wollen. Neben mir sitzt nämlich die Regisseurin Christina Piegger. Sie ist Hausregisseurin und Dramaturgin am Landestheater in Salzburg und wir sitzen hier im Bühnenbild des ersten Aktes. Die Oper beginnt ja im nächtlichen Reich der Königin und im Verlauf des Stückes begeben wir uns dann mit den beiden Helden Tamino und Papageno in die taghelle Welt Sarastros. Wodurch, Christina, sind denn für Sie diese beiden sekundrären Sphären charakterisiert und auf welche Optik dürfen wir uns hier im Bühnenbild gefasst machen? Also die beiden Welten, das Reich der Königin der Nacht und die Welt von Sarastro, stehen in einem sehr starken Gegensatz zueinander. Mir war wichtig, dass dieser Kontrast aber nicht ein gut-böse-Dualismus ist, sondern dass dieser Kontrast sonst einfach optisch und auch von der ganzen Denkweise der Ideologie sich unterscheidet. Wir sehen es hier schon im Bühnenbild des ersten Aktes. Die Welt der Königin der Nacht ist in einem wildwuchernden Dschungel ein magischer Wald mit viel Dickicht, mit geschwungenen Linien, mit Verstecken für düstere Fabelwesen. Und im Kontrast dazu ist die Welt von Sarastro sehr geradlinig, sehr geometrisch mit goldenen Glanzflächen und Treppenelementen, in der einfach diese starken Regeln, die in Sarastros Welt wichtig sind, sehr geradlinig daherkommen im Gegensatz zur Königin der Nacht. Wenn wir eine Ebene weiter runterschauen auf der Hierarchie, dann begegnen uns ja im Reich der Königin drei Damen. Sarastro hat eine ganze Reihe von Priestern und Monostatos als Aufpasser Paminas. Und dann haben wir noch drei mysteriöse Knaben, die von der Königin angekündigt werden, aber dann auch im Reich Sarastros ständig irgendwie mitmischen. Was erwartet uns denn da? In der Welt der Königin der Nacht ist eben alles ein bisschen magisch, ein bisschen unheimlich und dieses Unheimliche, dieses Mystische wird bei mir auch durch diese drei Damen unterstrichen. Die sind in diesem Fall eine dreiköpfige Dame, also ein Fabelwesen. Diese drei Damen teilen sich einen Körper und haben aber drei Köpfe. Das kommt daher, dass diese drei eben sehr miteinander verbunden sind, immer das gleiche Ziel haben. Aber in der Welt der Königin der Nacht funktioniert das nicht über einen militärischen Drill, dass die das Gleiche wollen, sondern die sind eben auf einer körperlichen, emotionalen Ebene ganz miteinander verbunden. Und das wird eben durch diesen geteilten Körper und diese drei Köpfe unterstrichen. Das sind die Untergebenen der Königin der Nacht. Auf der anderen Seite die Priester von Sarastro, die sind in diesem sehr frauenfeindlichen System, die Sarastro, diese Ideologie, die Sarastro predigt, funktioniert über Erziehung und Regeln. Und diese Priester eben sind recht streng erzogen und gleichförmig in ihren Bewegungen und ihrem Denken. Das ist der Unterschied zwischen diesen jeweiligen Anhängern. Monostatos und die Sklaven in Sarastros Reich sind menschenähnliche Wesen mit einem Buckel und sehr kraftprotzende, auch sehr maskuline Wesen, die in Sarastros Welt gut passen. Allerdings nicht so aufrecht, nicht so kopflastig wie die Priesterschaft. Das sind auch eher Fabelwesen, die mit ihrem Buckel in beiden Welten irgendwie auch etwas zu suchen haben. Die drei Knaben sind bei uns zu einem Amor geworden. Die drei Knaben eigentlich als Kinder gehören die noch nicht streng zu einer Frauen- oder Männerwelt. Also die Kinder sind von dieser Geschlechtertrennung noch zu jung sozusagen, dass man die einteilen könnte und können sich deshalb in beiden Welten bewegen, wie sie möchten. In unserem Fall ist das ein Amor, der auch eine androgyne Figur ist, sowohl männliche wie weibliche Attribute hat und sich da als koboldartige Figur durch die Geschichte schlägt und seinen Schabernack mit den Figuren treibt. Es ist ja eine märchenhafte Geschichte, also Prinz befreit Prinzessin und darf sie dann heiraten. Wenn wir mal auf den Helden schauen, also auf Termino, tritt er ja als jemand auf, der kommt auf die Bühne und läuft erst mal davon vor einer Gefahr, nämlich vor der Schlange. Dann ruft er laut um Hilfe, zu Hilfe, zu Hilfe und dann fällt er in Ohnmacht und muss eigentlich erst mal durch die Frauenpower der drei Damen gerettet werden. Und wenn wir ihn dann im Verlauf des Stückes kennenlernen, erscheint er ja als jemand, der Autoritätspersonen gegenüber geradezu hörig ist. Also da kommt zuerst die Königin der Nacht und sagt, meine Tochter wurde mir von einem Bösewicht geraubt, hol die mir zurück, rette die und dann darfst du die heiraten. Und Termino sagt, ja geht klar, mache ich und zieht aus und begegnet dann an der Pforte zu Sarastrusreich, dem Sprecher, der da aufpasst, dass da so keine unautorisierten Leute sich dem Anwesen Sarastrus nähern. Und der Sprecher sagt dann zu ihm, ja also Moment mal, du hast da ja mit einer Frau gesprochen mit der Königin und wir wissen schon Frauen, Weibern, den darf man nicht trauen. Und dann macht sich Termino ja eigentlich diese Sichtweise zu eigen und macht so eine Kehrtwende um 180 Grad und will dann unbedingt in diesen Männerbunt, so Sarastrus rein und sich den Weisheitslehren unterziehen. Also was ist denn von dem zu halten? Ist das ein gutes Vorbild und wie kommt das? Also warum macht er das? Für mich ist Termino ein jugendlicher Held mit einem Drang in die Welt zu ziehen und sich allen Prüfungen zu stellen. Und insofern kommt es ihm recht gelegen. Der hat noch nicht viel eigene Agenda, der hat viel Kraft und viel Wollen und will mit seiner Kraft und Energie auch irgendwo hin. Und wenn er eben als erstes der Königin begegnet und von ihr diesen einen Auftrag kriegt, ist er damit schon mal gleich zufrieden. Und dann mit diesem Hinterfragen des Sprechers stellte sich das erste Mal die Frage eben, welcher Autorität gehorch ich denn? An und für sich bleibt aber sein Ziel trotzdem noch Pamina zu retten und mit Pamina ein Paar zu werden. Also daran ändert sich ja nichts. Die Königin möchte, dass er die Prinzessin befreit und darf sie dann heiraten. Und auch in Sarastrusreich heißt es, stell dich diesen Prüfungen, dann wirst du belohnt mit der Prinzessin. Es sind also zwei verschiedene Wege zum gleichen Ziel. Und er beginnt zu hinterfragen, welcher dieser Ideologien er glauben kann. Aber eben das Endziel, nämlich die Pamina zu treffen, zu befreien und sie heiraten zu dürfen, das bleibt für ihn das Gleiche. Und mit dieser Kraft, die er hat, stürzt er sich einfach mal in alle Aufgaben, die sich ihm so in den Weg stellen. Es ist ja eine Oper, in der sehr viele frauenfeindliche Sentenzen auch fallen. Du hast das schon angesprochen. Also schauen wir vielleicht auf die weibliche Hauptfigur, nämlich Pamina. Wie wird die denn dargestellt? Pamina ist für mich eigentlich die wahre Heldin dieser Geschichte. Sie ist, wir lernen sie kennen, sie ist gefangen im Reich von Sarastro, bewacht von Monostatos und den Sklaven in einer Zelle und die wird von allen gar nicht direkt adressiert. Tamina bekommt von allen Seiten Aufträge, Pamina überhaupt nicht. Die wird in eine sehr passive Rolle gedrängt, aber aus dieser Rolle befreit sie sich sehr selbstbewusst. Sie bricht aus aus dieser Zelle, sie widerspricht Sarastro, sie hinterfragt später auch, wenn ihre Mutter auftritt und fordert, dass sie Sarastro töten muss, um sich zu rächen, hinterfragt sie auch, was ihre Mutter ihr da an Aufträgen mitgibt. Und die entwickelt sich im Laufe dieses Stücks von einer eben sehr passiven Prinzessinnenrolle, von diesen klassischen Bild zu einer sehr selbstbewussten Frau, die sich eben gegen beide Systeme und beide Formen der Unterdrückung wehrt und selbstbestimmt eine eigene Agenda hat. Sie ist auch davon überzeugt, dass sie und Tamina ein gutes Paar wären und setzt sich dafür ein, kämpft für diese Liebe und ist auch gewillt, sich dann am Ende der tödlichen Mutprobe zu stellen und diese zu bezwingen und ist damit auch ein großes Vorbild für Tamina, dass man dann am Ende sagen kann, das ist ein Aufbruch einer neuen Generation gegen die beiden alten Systeme. Wer sich der Prüfung nicht stellt, ja auch gar nicht stellen will eigentlich, ist der vielleicht heimliche Held der Oper, nämlich der etwas komische Vogel Papageno. Was macht denn die Figur des Papageno so besonders, dass das ein unglaublicher Sympathieträger ist? Papageno ist ein herrlich bodenständiger Mensch, der mit den sehr einfachen Dingen im Leben zufrieden ist. Er ist ganz unpolitisch und sieht sich weder in der Welt der Königin der Nacht noch in Sarastros Welt zu Hause. Für ihn zählt eigentlich nur, dass er was Gutes zu essen hat, ein Glas Wein und im Idealfall auch noch eine Partnerin, die zu ihm passt und diese doch recht künstlichen, artifiziellen Ideologien und Machtstrukturen, die liegen ihm sehr fern. Für ihn ist dieses kleine, persönliche Glück, dass er sich im Kleinen in seiner Strohhütte schaffen will, das einzige, was zählt. Und ich glaube, damit kann man sich auch über weite Strecken gut identifizieren, weil einem das so nahe liegt, so dieses kleine Glück und dieses bodenständige. Und über seine Direktheit entsteht wahnsinnig viel Komik, die ihn sehr sympathisch macht. Ja, ich glaube, man kann sich tatsächlich mit ganz vielen Figuren identifizieren oder jeder Zuschauer findet vielleicht jemand anderes, der ihn anspricht. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, wir konnten Ihnen Lust machen auf diese wundervolle Oper und auf unsere sehr märchenhafte, farbenprächtige Inszenierung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.